Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG Index Check am Mittag, präsentiert von der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Galuschka. Wir wollen uns heute den Eurostoxx 50 aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Der europäische Leitindex hat gestern, und das ging im allgemeinen Marktrubel unter, zumindest auf Intraday-Basis ein neues Jahreshoch markiert. Wie Sie hier sehen, diese Spitze nach oben auf 3.589 Punkte knapp markierte ein neues Jahreshoch. Davon ist beispielsweise der DAX meilenweit entfernt gewesen gestern und aktuell sowieso. Anschließend gab es allerdings dieses bärische Reversal, wie auch in den anderen Indizes, und somit ist dieser Ausbruch über die 3.573 auf Schlusskursbasis erneut gescheitert. Wir haben dann einige Unterstützungen auch bereits wieder unterboten und sind sogar in Richtung des Supports bei 3.515 Punkten gefallen. Diesen unterschreiten wir heute. Das ist das Ausbruchsniveau hier aus dem Monat Juli. Das unterschreiten wir heute, fallen auch unter 3.496 Punkte und erreichen jetzt ein wirklich sehr nennenswertes Unterstützungscluster, hier diese horizontale bei 3.480 Punkten. Warum ist das interessant? Na ja, zum einen haben wir hier schon eine kleinere Konsolidierung mal beendet, und auch den letzten stärkeren Abverkauf Ende September haben wir hier wieder auffangen können. Nun also der dritte, vierte Test dieser Supportmarke. Und klar ist auch, wenn wir da per Schlusskurs drunter fallen, dann würde sich natürlich auch das insgesamte Chartbild eintrüben. Man könnte dann auch von so einer Doppeltop-ähnlichen Struktur sprechen. Und der Index läuft dann Gefahr, sogar in den 3.400 Punkte Bereich zu fallen. Also das wäre dann mein Szenario. EMA 50 noch beachten bei 3.470, aber alles was dann tiefer geht, spricht für so einen Abverkauf. Insofern steht jetzt viel auf dem Spiel für die Käufer. Bislang sind ja noch keine Reversal-Tendenzen da. Solange die auch ausbleiben, muss man vorsichtig sein. Wer die 3.480 mutig kauft, muss auf jeden Fall schauen, dass er das Risiko möglichst schnell dann rausnimmt für den Trade, beziehungsweise wenn der Trade gegen einen läuft, dann auch schnell die Reißleine wieder zieht. Ansonsten dominieren aktuell die Verkäufer. Oder sogar mit der Chance einer oberen Umkehr in Richtung 3.400 Punkte sollten diese Unterstützungen auch noch fallen. Im Übrigen, der 3.400er Bereich ist insofern auch interessant, als dass hier diese ehemalige Abwärtstrendlinie verläuft. Kann man jetzt diskutieren, ob man die noch einzeichnen muss. Ich habe es jetzt mal noch drin gelassen. Der EMA 200 ist hier auch anzusetzen. Und wir haben doch ein breites Unterstützungskluster hier abgeleitet. durch viele Hoch- und Tiefpunkte aus den letzten Monaten. Insofern ist dieser Bereich interessant. Wenn wir mit den Retracements arbeiten, wäre bei 3.414 Punkten die Hälfte der Aufwärtsstrecke korrigiert. Für die 61 Achterfreunde 3.373 entspräche dem 61 Achterrücklauf in diesem Index. Also die Zeichen stehen auf Konsolidierung. Dabei sind allerdings jetzt mit der 3.480 schon, oder mit der 3.515 und heute auch mit der 3.480 wichtige Ziele auf der Unterseite erreicht. Wir schauen uns das wie gewohnt auch nochmal detaillierter an im Stundenchart. Sehen aktuell, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, dass wir uns zumindest etwas von den Tagestiefs lösen können, die ja im Bereich 3.480 liegen. Hier noch eingezeichnet die ehemalige Gap-Oberkante bei 3.478, also hier sind wir ganz gut unterstützt. Wie weit könnten jetzt Erholungen laufen? Sie sehen, dass der EMA 200 Stunden uns hier nochmal einigermaßen stabilisiert hat. Jetzt allerdings nach dem Bruch als Widerstand dienen, also Rückläufe, könnten nochmal in den Bereich 3.510 Punkte knapp führen. Da muss man das Ganze dann neu untersuchen. Widerstände des Weiteren aus dem Tageschart abgeleitet 3.515, der hat es schon in sich. Hier dann auch noch 3.526 und enorm wichtig natürlich hier die Hochs um 3.573. Sie sehen auch im Stundenchart, dass es sich durchaus lohnt auf Kerzenmuster zu achten, denn im gestrigen Hoch hatten wir einen astreinen Shootingstar ausgebildet, also uns noch in der ersten Handelsstunde von den Tageshochs deutlich entfernt. Dass das natürlich dann so durchzieht zur Unterseite war nicht unbedingt zu erwarten, aber zumindest hier eine Teilstrecke auf der Shortseite konnte man sich nach diesem Umkehrsignal mit relativ gutem Chance-Risiko-Verhältnis herausschneiden. Was droht jetzt hier im Stundenchart, wenn die 3.478, 3.480 brechen? Die nächsten Ziele sind auch hier eingezeichnet. 3.443 ist ein kleineres Ausbruchsniveau, hier vom 4.9., also zu Beginn des Monats, und dann der Bereich 3.400 Punkte, 3.405 genau im Stundenchart. Also das wären für mich dann die nächsten Abwärtsziele. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den Eurostox 50, habe ich Ihnen natürlich wie immer zwei Derivate mitgebracht, mit der WKN ST9 EJB, ein Turbo Endless Call, Basispreisgleich Knockout-Schwelle bei 3.209 Punkten, der Hebel bei 9,9. Die Short-Variante mit der WKN ST2 NQS, ein Turbo Endless Put, Basispreisgleich Knockout-Schwelle bei 3.910 Punkten, der Hebel bei gut 10. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Morgen wird es kein Video geben aufgrund des Feiertags in Deutschland. Wir hören uns dann wieder, wenn Sie möchten, am Freitag. Bis dahin alles Gute. Tschüss.